Guten Tag, mein Name ist Jens Joost, ich arbeite in der E-Bike-Erlebniswelt Erhard Mott im lieblichen Taubertal. Und das ist mein Chef. Erhard Mott aus Lauda im lieblichen Taubertal. Wir beschäftigen uns schon seit vielen, vielen Jahren mit E-Bikes. Ich war der erste in Deutschland, der es richtig erkannt und aufgezogen hat. Und auch seit geraumer Zeit haben wir uns auf E-Bikes mit Rohloff Schallwohn spezialisiert und vor allen Dingen auf die Rohloff E14. Ja, und jetzt wollen wir die Leute einladen, sie nämlich zu uns zu kommen, mal bei uns ein Rad zu testen, Probe zu fahren und eventuell auch zu kaufen. Denn wir haben eine Auswahl von 6.000 Varianten, also sowas können wir. Und damit Sie sehen, was Sie bei uns testen können, fahren wir jetzt einen Berg hoch. Und zwar, das geht hoch ins Wasserreserva, also das ist so ein Wasserdings, oberhalb von Lauda, damit da oben die Häuser noch mit Wasser versorgt werden. Und da geht es etwa 25 Prozent hoch, das messen wir noch einmal, da haben wir extra einen Wasserwacht dabei und einen Meterstab. Und da fahren wir hoch und gucken, ob wir mit der Rohloff E14 das schaffen. Weil ein anderes E-Bike schafft es nämlich nicht. Ganz genau. Damit fangen wir jetzt mal an. Damit legen wir los. Weil auf Raderstrecken können jedes Rad schön fahren. Wir brauchen aber die Herausforderungen davon, ob die E-Rollof. Ach, da wollte ich noch dazu sorgen, für wen ist das denn interessant, warum so ein steil mit Berg hoch fahren. Für Leute, die schwer sind, also man muss ja nicht jeden Tag 25 Prozent hoch, aber Leute, die Übergewicht vielleicht haben, mit viel Gepäck und Anhänger fahren, als solche könnte das schwer interessieren, wie das so ist, wenn man ganz steil hoch fährt und was die Rohloff eigentlich leistet. So, dann fahren wir los, würde ich sagen. Und raus. So Dölle, also bis hierher geht es zum Bergfriedhof. Also sie sollen nicht auf den Friedhof, sie sollen dann gerade weiter fahren, Richtung Beckstein-Heckfeld. Im Moment zeigt es auf meinem Neon-Display 9 Prozent Steigung an. Das ist ja jetzt noch nichts. Und daneben hoch, da wird es dann auch interessant. Aber da oben ist eine kleine Kreuzung und da geht es dann rasant links hoch. Und das wollen wir testen, wie wir da hochkommen. Gell, Iris? Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Na, mal gucken. Also, und los geht's. Also, bis hierher haben wir es schon mal geschafft. Das zeige ich gerade 14 Prozent Steigung an bei mir. Und wir gehen nicht so fahren, wir haben ja unsere CX-Motoren. Und werden jetzt, sagen Sie mal, in den Turbomotus begehen? Ja, bisher bin ich mit EMTB gefahren, du auch, also mit dem Sportunterstützung. Und jetzt schalten wir mal in den Turbomotus. Und ich wähle mal bei mir schon mal vor, so den vierten Gang. Ja, und dann gucken wir mal. Und da oben messen wir dann nachher noch einmal, wie steil es tatsächlich ist. Also. Wer zuerst ankommt? Ne, wir trennen machen. Das machen wir besser nicht. Wir trennen machen. Komm. Ich komme genau auf 27 Zentimeter. Ja, die Libelle ist drin. Genau 27 Zentimeter Steigung haben wir da. Also, Prozent. Und das ist schon ein Wort. Also da brennt sich dann die Spreu vom Weizen. Interessant ist, jetzt bei der ersten Tour, wo wir es schon mal hoch gemacht haben, man kann bei der Roll of E so leichte Gänge wählen, also ich bin zuletzt sogar im ersten Gang gewesen, dass man eine sehr hohe Trittfrequenz kriegt. Also ich habe bei mir geguckt auf dem Neon, das waren etwa 80 Umdrehungen pro Minute und dann geht es so leicht zu drehen, dass man praktisch nur das Pedal, also es ist wirklich so, nur antippt. Also du musst nicht mit Kraft neutreten, Iris. Ich gehört mich, nee, gar nicht. Sondern wie hast du empfunden? Ganz einfach. Ich war ja auch, ich war im zweiten Gang gewesen, bin locker, bin ich jetzt draufgefahren. Es war wirklich ganz einfach. Also hättest du jetzt 50 Kilo mehr, was ja durchaus möglich wäre. Man weiß es nicht, man weiß nie, was noch kommt. Dann würde es genauso einfach gehen. Wird es gehen, gell? Wahrscheinlich hat man die Gang leichter noch. Ja. Ja, bevor dann nochmal vor uns hoch, damit sie auch mit uns die Aussicht genießen können, gell? Einfach toll, gell, wie das doch hoch geht. Einfach toll, ne? Ja. Also, um die richtige Entscheidung treffen zu können für ihr Wunsch-E-Bike, müssen sie wirklich eine Probefahrt machen. Ich kann ihnen nur empfehlen, kommen sie zu uns. Wir haben so viele Testräder, wir haben alle Schaltungen da, die man auf einer vernünftigen Teststrecke dann auch ausprobieren kann. Ob es eine Kettenschaltung ist, eine Shimano-Schaltung, ob es die Novinci ist, ob es die Rollov ist. Wir haben wirklich immer alles im Haus. Wir müssen einfach nur reden. Und ich glaube, wir haben sogar ein E-Bike mit einem aktiven Plus-Motor und einer 8-Gang-Schaltung. Und das ist natürlich hochinteressant. So Räder werden da draußen zuhauf verkauft. Aber was die vermögen und nicht vermögen, das können sie am besten hier dann in den Berg dann testen, wo wir hochgefahren sind. Wahrscheinlich müssen sie auf Friedhof absteigen. Wie geht es dann auch aber dann doch wieder weiter? Es soll dann noch eine zweite Möglichkeit geben, wie immer. Ja, dann fahren wir jetzt wieder runter. Und natürlich Intervallbremsen. Also Intervall ist überhaupt das Modewort Intervallfaschen. Habe ich jetzt gemacht. Wunderbar. Ich habe gleich 6 Kilo abgenommen. Intervallbremsen, damit die Bremse nicht zu heiß laufen. Und so tun wir uns dann vorsichtig da runterbewegen. Und naja, und dann reden wir uns noch einmal, wenn wir unabgriffen sind. Bleiben Sie dabei. Danke. 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 Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank.